Lisa Müller entspannt auf dem Staffelsee. Das sehen wir wirklich nicht alle Tage. Lisa Müller, die Ehefrau von EM-Star Thomas Müller, beide 31, zeigt sich ganz entspannt im Bikini, und zwar bei einer kleinen Paddeltour mit Hund am schönen Staffelsee. Thomas Müller kämpft in der Fußball-EM für Deutschland. Eigentlich kennen wir Dressurreiterin Lisa überwiegend in voller Reitmontur inklusive Helm und hohen Stiefeln. Doch während die Ehemann Thomas im Rahmen der Fußball-EM 2021 für Deutschland um den Sieg kämpft, genießt sie die Zeit am Staffelsee in Bayern, wie ein Schnappschuss auf ihrem Instagram-Kanal beweist. Im farbenfrohen Bikini schippert Lisa mit dem Stint-Up-Peddleboard über das glitzernde Wasser. Mit dabei, ihr Hund, der den Ausflug sichtlich genießt. Die Müllers haben's mit Pferden.Fußballstar Thomas Müller, der auch in der Pferdezucht sehr aktiv ist, und Dressurreiterin Lisa sind bereits seit 2009 verheiratet. Für den seltenen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Kanal erntet die 31-Jährige viel Lob. Wunderschöne Frau oder du machst da eine genauso super Figur wie auf dem Pferd, heißt es unter anderem in den Kommentaren. Das können wir so unterschreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Amen.